ja ich bin der phil aus essen und ich bin ein teil von cars of hope das ist eine selbstorganisierte struktur die nicht akzeptiert wie geflüchtete im 21 jahrhundert in europa leben müssen und deshalb aktiv an der veränderung genau dieser zustände arbeitet ich war also von anfang an dabei das heißt von 2015 an und ich war in 2016 dann in griechenland und in serbien unterwegs und allein in diesem kleinen zeitraum da schon bemerkenswert was für eine dramatische veränderung es gegeben hat und ja die zuspitzung dieser zustände hat mich tief bewegt und deshalb sind wir jetzt schon bald wieder in griechenland und auf lesbos unterwegs um dort zu helfen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020